eigentlich wollte ich vom stellplatz zu fuß gehen knapp zwei kilometer hätte ich auch geschafft aber dann habe ich die information bekommen dass man am parkscheinautomaten kostenlos einen fahrschein ziehen kann und da fährt im stundentakt ein shuttlebus naja da hat die faulheit gesiegt da 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020